Ich bin Julia Reda und ich bin Spitzenkandidatin der Piratenpartei für die Europawahl. Ich bin außerdem Vorsitzende der Jungen Piraten von Europa. Ich möchte ins Europaparlament, weil wir jetzt in den nächsten Jahren die Chance haben, endlich das europäische Urheberrecht zu reformieren. Ich will nicht mehr, dass irgendwelche YouTube-Videos in deinem Land nicht verfügbar sind oder dass ich keine Fotos, die ich von öffentlichen Gebäuden gemacht habe, nicht ins Internet stellen kann. Ich glaube, wenn wir als Europäerinnen und Europäer zusammenwachsen und eine gemeinsame Kultur teilen wollen, dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, diese Kultur frei miteinander auszutauschen.